Konnichiwa, meine Anime und Gameotakus. Da sind wir wieder zu einem neuen Part von Far Cry Primal. So, ich hab jetzt schon mal eine Schnellreise in unser Dorf wieder gemacht. Denn wir können jetzt hier irgendwie was mit dem einen Typen hier machen. Rosani, oder wie der heißt. Rosani, unser Gefangener. Mit dem können wir eigentlich auch eine Hütte bauen, aber wir müssen erstmal mit dem sprechen. Weil noch ist er ja unser Gefangener. So, ich muss erstmal hier... Ui! Erstmal rausfinden. Unser Gefangener ist natürlich nicht direkt bei uns hier im Dorf. So. Okay, das war jetzt dein Gespräch. Ich kann ihm jetzt wirklich eine Hütte bauen? Sehr krass. Dann mach ich das gleich mal. Ich hab ja die Zutaten dazu. Ich hoffe, er macht keine Scheiße. Wir können gleich mit ihm quatschen. Was brauche ich denn hier? Südahorn, Südstein. Nur das fehlt mir. Scheiße. Aber auch nicht viel. Gehen wir mal rein und quatschen mit ihm. Was wiederhören? Kauai Winja Shnar. Proberte. Sahinachar. Proberte. Sushilhain. Winja Guannach. Usiik. Usiikwa Deswada. Sukli. Sashwad. Mashhadra Sur. Winja Hassar. Sukli Smaaya. Uhajtaka. Okay, der tut mir jetzt ein bisschen leid, dass er mit ihm alleine ist. Oh je, oh je. Oh weia. Die Mission können wir auf jeden Fall jetzt machen. Wo ist denn die? Wo, wo, wo? Ähm, hier ist das, okay. Markiere das mal und vielleicht wäre eine Schnellreise nicht so schlecht. Aber irgendwie, ich muss hier noch so ein paar Sachen anledigen. Wäre auch nicht so schlecht, dann könnte ich viel mehr Punkte hier bereisen. Ich mache meine Schnellreise erstmal hier hin, weil da sind Leuchtfeuer und alles, das kann ich ja erstmal auch anledigen. So, ich markiere das sogar mal. Erstmal hier dieses Leuchtfeuer und hier gibt es sogar noch ein Außenposten. Das will ich alles noch machen. So, Fähigkeiten habe ich auch. Fünf Punkte, damit kann ich auf jeden Fall was machen. Ähm. Das ist jetzt nicht so. Verbesserte Gesundheit, das mache ich auf jeden Fall. Wie die mal rumschreien, ist auch cool. Yay. Jetzt haben wir noch einen Balken dazu bekommen. Das finde ich sehr gut. Weil unser Leben geht hier sowieso mal ziemlich schnell weg. Und wir haben ja jetzt unser, wo ist denn der, unser Bärchen hier. Guckt euch mal das Vieh an. Ist ein Monster, oder? Oh Mann. Das ist echt Vieh. Komm mal her. Aber scheint lieb zu sein jetzt. Nicht wahr. Die Namen tun mir ein bisschen leid. Aber das ist auch echt ein Monster. Was fehlt mir denn eigentlich noch? Mir fehlt jetzt noch dieser Dachs. Ein Hüllenbär fehlt mir noch. Ich töte die immer vorher. Shit. Und mir fehlt noch der Leopard. Sonst hätte ich nämlich auch alle Kätzchen. Und da leuchtet etwas. Das kann ja nur sein, dass es hier so eine Hand ist, oder? Die man so sammeln kann. Das zeigt auch in die Richtung. Ja, da müsste was zum Sammeln sein. Ich geh mal kurz hin. Wenn ich schon hier bin. Und da müsste auch ein Armband oder so sein. Falls es mich... Falls ich mich nicht täusche. So, das ist ja gleich hier. Die sind sonst immer ziemlich kompliziert versteckt. Und oben. Ah, ich glaube, das ist zum Kaputtmachen. Dieses rumige Gedöns. Da hat was geblinkt. Bam. Perfekt. Wir haben so eine Maske. 37 haben wir von 100. Und das 9 von 25. Okay. Was ist das? Das ist doch ein... Höhlenbär, oder? Achso, nein, das ist meiner. Oh, Mann. Nein, das ist doch... Hä? Den hab ich doch noch gar nicht. Oh, ganz ruhig, Alter. Yay! Wir haben jetzt einen Höhlenbär. Das läuft doch. Oh. Willkommen Besuch. Cool. Jetzt haben wir den Höhlenbär auch. Sollen wir den mal kurz streicheln? Komm her. Ich möchte alle meine Tiere einmal streicheln. Oder mehrmals. Möchtest du nicht? Komm mal. Komm her, Bärchen. Bärchen 2, 3, 4. Wie viele Bärchen hab ich jetzt? Ja, fein. Cool. Also die Bären haben wir auch alle. Hab ich ja grad davon geredet, dass mir noch der Höhlenbär fehlt. Und dann hab ich den auf einmal. Tja. Hm. Oh. Oh. Oh mein Gott. Tigri, wo bist du? Hier ist ein anderer. Doch, du Mist. Wie verpisst du? Deine. Lass mich. Tigri. Boah, was ist denn mit euch los? Lass dir mal mein Vieh in Ruhe. Boah, das hat mich grad richtig erschrocken. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ach, guck mal, wer da wiederkommt. Verpisst euch. So, komm. Wir müssen jetzt hier ein Leuchtfeuer entzünden. Boah. Boah. So. Ist ja ganz schön schnell wieder dunkel geworden, oder? Und wir brauchen auch Süd-Ahorn und Südsteine. Aber ich glaube, ich bin grad nicht im Süden. Da ist ein Lagerfeuer. Meistens sind da auch Feinde. Okay, das ist kein Lagerfeuer. Okay. Leuchtfeuer. Lieber es mal hier im Dunkeln weitergehen. Weil öfters sind da auch Gegner. Und da steht ja auch was mit Töte die Feinde. Halt's Maul. Oh, shit. Die mit den Hörn... Äh, mit den... Alarm und so. Oh, fuck it. Scheiße. Scheiße! Ihr kleine Huren-Söhne. Verpisst euch. Jetzt gehst du mir auf den Sack. Wo ist der andere kleine Lutscher? Und du verpisst dich jetzt. Deine Mami. Mann, jetzt regt mich nicht auf hier. Blöd, Mann. Boah. Die nerven. Das ist mein Säbelzahn, glaube ich. Mann, 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 Mann. Blöden, blöden Arschgeigen, die immer hier stressen. Bamm. Sehr schön. So, das ist jetzt unser Leuchtfeuer hier. Juhu. Unsere Bevölkerung... Unsere Bevölkerung ist jetzt erhöht. Cool. So. Toll. Mein Vieh ist immer noch tot. Oder mal wieder. Ja, diese Feuer... Ich sag mal, Feuerteufel. Die haben es echt in sich. Oder? Oder mein Süßer. So, BMW Mieze. Wir müssen jetzt weiter. Ich möchte jetzt nämlich hier noch dieses... Diesen Außenposten machen. Habe ich den jetzt markiert, aber nicht? So, jetzt aber. Los, BMW Mieze. Oh Gott. Oh Gott. Du stirbst doch. Du stirbst. Was machst du? Okay, erlebt. Brabe Mieze. So, hier ist noch was. Meine Steinkinder. Das klingt interessant. Das schaue ich mir mal an. Weihende Steinkinder. Ey. Hat das was mit diesen... Bemalungen zu tun, oder? Hier sind doch so eine... Ich weiß nicht. Sagt man dazu Opfergaben? Vielleicht wird doch gebetet hier. Ich weiß es nicht. Irgendein heiliger Ort wahrscheinlich. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. Kann ich mitmalen? Wäre doch cool, wenn ich da mitmachen könnte. So. Yay, Südstein. Perfekt. Das suche ich nämlich. Das brauchen wir alles. Dann können wir nämlich dieses... Haus von dem Typen weitermachen. Ja, ist ja gut. So, pass auf, dass wir nicht hier ein Krokodil oder so reinlatschen. Das ist der heimtückische Mistviecher. Ich mag ja Krokodile, aber... Ich habe trotzdem Respekt vor denen. So, da gibt es auch noch so Steine. Wow! Wow! Na danke! Mistvie! Mistvie! Wo ist dieses Drecksvieh? Du willst mit mir spielen! Du willst echt mit mir spielen, Mistvieh. Mistvieh. Na toll. Obwohl ich auf den Boden hier schieße. Drecksvieh. Machst du einmal mit mir! Beiß mich noch einmal! Was wollte ich jetzt? Ich wollte den Stein hier. Den, ähm... Den hier. Mann, 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 ey. Hier wird man ja nur angegriffen. So, Tasche ist voll. Na toll. Was ist das, so eine Mieze? Was ist denn das hier für ein Gebiet überhaupt? Hier sind Wollnasshörner. Okay. Affen sind hier. Hm. Ich frage mich aber, wo ich meine Jaguare finde. Oder waren das jetzt die Leoparden? Welche Vieh suche ich denn jetzt überhaupt? Irgendeine Mieze fehlt mir noch. Die muss hier irgendwo an irgendeiner bestimmten Stelle sein. Weil ich die bis jetzt noch gar nicht so wirklich gesehen habe. Jaguar. Markiere das mal kurz. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Jaguar suche. Nein, ich suche den Leopard. Leopard. Wo ist der Leopard? Hm. Das ist echt die Frage der Fragen, was? Hm. Vielleicht. Ich gucke auch immer unten. Vielleicht sind die auch oben. Oh, hier sind viele Säbelzahntjäger. Jaguar. Jaguar. Die sind alle hier unten so. Wahrscheinlich ist das dann oben, oder? Unser Leopard. Das ist schon schwierig, den zu finden irgendwie. Vielleicht bin ich denen sogar schon begegnet, aber das weiß ich ja nicht. Schade. Weil ich möchte ihn schon gerne haben. Unsere Mieze. Aber ich sehe hier auch gar nichts. Ist ja komisch. Und hier sind nur die ganz krassen Viecher. Hier die ganzen fetten. Da kann man auch noch hoch. Oh, da ist der Blutzermammut. Auweia. Auweia. Der wird auch noch heftig. Das mit dem Bär, dass ich das überhaupt geschafft habe. Mit dem Nabenbär. Boah. Das war vielleicht eine Sache hier. Das war echt heftig. So, hier ist der Außenposten. Ich habe keinen Plan, ob es schwer ist oder nicht. Oh, ab Mieze. So, mein Freund. Ups. Schicken wir erst mal unsere Eule Siegfried rein. Oh, scheiße. Das sind viele. Das sind echt viele. Und das sind alles so eine Taffen. Viele auch mit Hörner. Die uns sozusagen Verstärkung auf den Hals setzen. Du sollst da hin. Nicht das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Will sie ja nicht locken. Oder vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn ich meinen Bären da reinschicke. Er ist ja noch viel gewaltiger. Ich frage, kommt der? Oh, los. Mach mal. Bärchen. Bärchen, wo bist du? Oh, da. Boah. Mit einem Schlag. Holy shit. Nein, nicht zu mir zurückkommen. Geh da hin. Guck mal, die sehen mich. Du Opfer. Jetzt haben sie mich. Angriff. Angriff. Dein Arsch. Du Mistkuh. Du Arsch. Du auch. Geht's dir gut? Komm mal her. Ja, ja. Ist mir scheiße. Komm doch mal her. Ich will dich heilen. Du willst du es mir gerade schwer machen, oder? Ich werde hier gerade selber abgesch... Ach, Mann. Verpiss dich. Verpiss dich. Na super. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck. So, okay. Wickel euch alle ab! Miesen kleinen Pisser! Leck mich! Leck mich! Einfach nochmal an! Komm schon! Piss dich! Piss dich! Geht doch! Komm her, ich muss dich heilen! Hier, bitte schön! Ja, nicht schnuppern! Hat eine blaue Nase? Das ist ja süß! Ähm... Deine Pisser! Schlag euch alle! Mach euch alle fertig! Piss dich! So, erstmal hier... Meine Keule! Ach, ich mach euch alle jetzt fertig! Jetzt reicht's! Da! Yes! Heftig grad wieder! Ich könnte glatt weinen! Mann, 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 Mann! Ja, ja! Ah, die mit dieser Feuerkeule! Die sind richtig heftig drauf! Gegen die hat man kaum eine Chance! Selbst unsere Tiere! Gehen da voll die Arschkarte! Na du! Ach ja, da kann ja schwimmen! Ich weiß noch, wo du mich im Wasser verfolgt hast! Der war richtig krass! Der ist mir hinterher geschwommen und hat mich angegriffen! Ich dachte, ich wäre im Wasser sicher, aber... Jetzt haben die leider beachtet, dass die auch im Wasser sind! Scheiße! Das war schon heftig! So, Belohnungscenter! Ich sammle jetzt hier wieder einfach alles ein! Bisschen Hilfe! Muss ich das nicht alles extra sammeln? Jetzt hab ich eh alles voll... Was hab ich denn hier grad genommen? Wildschweinhaut! Okay! Puh! Richtig nice! Jetzt haben wir diesen Ort hier erobert! Gehört er zu uns! So! Sehr schön! Schau mal auf die Karte! Hier sind ja sowieso noch einige Missionen, die wir machen können! Hier ist Sidaoki, der lebt immer noch! Auweia! So! Rosani! Das werden wir als nächstes dann machen, denn ich mach jetzt hier erst meinen Cut! Wir sehen uns dann im nächsten Part! Schaltet dann wieder ein! Und bis dann! Und bis dann! Und bis dann! Vielen Dank.